Ich finde, in Anführungsstrichen, Problem ist heutzutage Unbewusstheit. Man ist sich seiner selbst nicht bewusst. Wenn ich jetzt sozusagen mein Bewusstsein oder meine Aufmerksamkeit nach innen lenke, dann merke ich, dass mein Mund trocken ist, dass mein Herz schneller schlägt. Ich bin selbst erstaunt, obwohl ich Schauspieler bin und das mehr oder weniger studiert habe und vor Hunderten von Leuten im Theater gespielt habe, bin ich trotzdem noch offen. Könnt ihr euch vorstellen? Angst zu federn, dass man was falsch macht. Exakt! Man ist aufgeregt. Man ist aufgeregt. Genau. Man fühlt sich unwohl in seiner Haut. Dieser Moment, wenn man dann da steht und dann irgendwas sagen muss und die anderen Leute gucken mich alle an und wollen irgendwas von dir, erwarten was von dir. Es ist gut, dass man Angst hat. Man darf Angst haben. Und die, die sagen, die haben keine Angst, sage ich jetzt mal frech, die lügen.